Und herzlich willkommen zurück zu Last of Starboard. Ich bin hier jetzt in der Nacht unterwegs. Nein, zwei der dreiköpfigen Viecher. Ja, das erste ist weg. Weg. Ja, mit der Waffe kann ich gut austeilen. Scheiße, ich bin schon wieder gleich. Oh, nice. Was? Was Fettes gefunden. Und was? Fettes Bücherregal. Ey. Bombos. Wow. Was halte ich denn hier rein? Alter, wie viel Freakzeugs. Ja, ach. Deswegen meinte ich ja, lass uns da hinlaufen. Wow. Hey. Ich will da nicht rein. Ich will hierhin. So. Ich will aber nicht alles mit, Alter. Das ist bei der Momentarbeit auch voll. Deswegen meinte ich ja auch, dass wir zusammen dahin gehen sollen. Hm. Klar. Ja. Ist klar. Ja, ist klar. Verbrauchte auch plötzlich alle meine Bandagen. Ey, wir sollten da wirklich am Tag nur hingehen. Also hier ist genug nicht, ist der schwesischen Dorf. Ja, schön für dich. Tja. 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 Kartoffelbrei. Ich hab ne Axt gefunden. Cool. Die Axt, die du früher hattest. Cool. Brauch ich aber nicht. Tja. Tja. Kartoffelbrei. Ey, lass uns. Na, hier sind noch ein paar Kofferballen. Hier ist ja ne Riesenbanane. Ne Riesenbanane. Ne, mit Tastball. Gut, der kommt zurück. Beam dich einfach auf dein Schiff. Und beam dich dann wieder auf den Planeten. Okay, dann nicht. Dann läuft's. Wir holen uns mal etwas Fabric. Oh, okay. Ich sag mir einfach, der ist ein Platz im Inventar, in dem ich Sachen rausschneide, die ich nicht brauche. Jo. Das brauche ich. Das kann ich wegwerfen. Komm, ich auch. Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich. Kaffee, komm. Brauche ich. Kann ich nicht. Äh. Brauche ich nicht. Warte mal. Ja. Ja. Geil. Ich hör dich. Ich hab Kopfhörer auf. Der hat Kopfhörer auf. Ich hab Kopfhörer auf. Ja, Momentchen. Ja, hier sind da solche zwei Fischer. Wie herzlich sind die. Immer mal in den Space mal liegen, Freunde. Jo. Ist ja klar. Wenn nicht, dann bis er keinen Spaß machen. Ja, aber auch schon wieder sehr spät. Ja, ja. Das wäre geil. Verbrauchen wir Leder. Schalt jetzt mal den Chat, fuck you. Jo, me. Leder. Schade, die haben nicht drauf reagiert. Wo kriegt man Leder? Ah, ne. Leder hab ich gerade weggeschmissen. Junge, behalt Leder. Ne, ich hatte eh noch eins. Wo kriegt man Leder her? Keine Ahnung. Hab ich vergessen. Hab ich, glaub ich, ja irgendwo gefunden. Klar hast du das, ja. Ja. Ja, was ist das? Genau. Junge, jetzt reicht's. Genau, ja. Ey, man kann ja sogar Leitern aus Treppen machen. Nice. Hui. Hui. Wenn ich mir die mache, dann kann ich mir die machen. Ja, okay, mache ich. Nice. Was ist mir drin? Ähm. Gar nichts. Ja. Oh, die Typen nerven mich mit ihren scheiß Maschinengewehren. Ach. So, wo ist jetzt dieses Teil? Hauptsache, einfach mal bei alles und jedem in die Bude reinplatzen. Mal alles kaputt machen. Ja, ja. So, mal gucken, was brauch ich denn? Ich bin raus aus dem Dorf. Jo. Das heißt, wenn du noch was mitnehmen willst, dann komm ich. Paar Copperbars. Ah, ich hab noch Copper. Oh, sauber. Aua. Aua. Möglicherweise reicht das hier. Boah, es darf doch nicht wahr sein. 21. Wie viel brauch ich für die Brust? Ey, ich dachte gerade, ich hätte ein Lichtschwert. War dann aber noch mal dieses... War dann aber doch mal dieses Crafting-Teil da. Ey. Was ist das denn für ein Vieh? Also jedenfalls, kein Stamm. Also ich hab sehr viel Kram dabei. Schön. Wie ihr euch. Ja! Junge. Ja, ich hab Sand. Wow. Ja. Das ist auch wow. Ich hab übrigens gerade ein Fenster abgebaut. Jo, aber ich kann mir jetzt auch sehr brechen. Aber nicht wieder die. Was ist denn die? Womit ihr denn? Diese Babyköpfe, die aussehen wie Bisa Sam mit so einem fetten Kopf. Junge. Ja. 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 Man kann es doch nicht morgen wieder. Ähm. So ab 6, ab 7. Äh. Tja. Ah, ich heiße, wo man Herr Leder bekommt. Wo? Wenn man... Wenn man diese Motten da abknallt, dann bekommt man was. Diese Motten? Ja, diese Motten, die da oben fliegen. Okay. Was ich dran denken, wenn ich irgendwas rumfliegen sehe. So, ich hab da gerade Leder bekommen. Ich hab die allerdings mit dem Pfeil abgeknallt. Ich weiß nicht, ob ich so einen Unterschied mache. Ah, okay. Ich mach das Leder hier nochmal um. Ich brauch das nicht, wenn ich ehrlich bin. Dann brauchen wir eine Motten Leder. Damit kannst du dir geile Klamotten machen. Ist mir egal. Oh, Junge, sind hier viele... Oh, sind hier viele Geldkassetten. Und Gift. Na super. Lass dann auch mal hier die Höhle mal erforschen. Also das, was ich gerade mache. Junge, ist das riesig. Nice. Da gibt es die Leder. Ich habe einen Steinhaus. Und trinkst mir ein Steinhaus. Stamm. Ja. Ich bin da. Ich lebe noch. Platin. Ich habe mich am nächsten. wieder zu den Wohannes Haus zu nehmen und sie haben das Ziel er hat euch gewusst wir wollten die viele Geldkassetten die Jungen wie viele Geldkassetten 5 ich bin hier war ich bin mann den Kuh die Folge noch noch muss aufhören Tja also ich Oh, nein, warte Tash available, achso, das muss ich erst lernen Okay, äh, machen Ich hab Pulsjump, dieses Doppeljump Hab ich grad im Blueprint bekommen Doch Und ich bin mit Gift im Sand eingeschlossen Oh, scheiße, ist hier wieder alles Tief Ab in das Häuschen Bist du schon wieder da? Ich hab grad gestorben Ach ja Ich baue hier unten in der Höhle gerade schön ab Die ist mega groß Ich bin nicht froh, wo die ist, weil die ist da woanders bis vor Wow Junge, übertreib Ich fall runter, da kommen so drei Megafiecher aus Auf mich zu Und ich bin tot im Übrigen, ne? Tschüpp Tschüpp Äh Tschüpp 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 Das ist richtig nice Tja, ihr kriegt mich jetzt nicht mehr Tschüpp Tschüpp Besuch, ey, das hat Rom immer noch nicht, Alter Tschüpp 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 Köpfe die Leitlin direkt vor meiner Woche der Haustür gestorben die Junge ist alles voll mit Monstern der Karte von der Haustürung der Wort hat das Bild können So, ich versuch jetzt wieder zurückzukommen. Naja, ich hab Doppeljump, also. Tja, weg mit euch, tja. Habt ihr euch so gedacht, ne? Tja, tja, tja. Vorsichtig, nach vorne preschen. Junge, wie die drei Viecher da stehen. Ich hab alle drei gekillt, im Übrigen. Wohl. Guck it dir. Lecker, Boss! Ich komm einfach auf unser Haus drauf. Nice. Ja, Mann. Okay, leg da jetzt mal auch die Lampen mal langsam hin. Ich hab ein paar Sachen in meiner Truhe gelegt, ne? Jo. Oh, und da haben wir den Timer. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play. Starbound. Huiiii. Huiiii. Tschö. God this ned. H whygen wir den Herrn? INO now weh. Wir sehen uns dann wieder. W fake da kann was.